Das nehmen wir. Okay, das passt nicht bei uns rein. Das Kettenhemd auch nicht, ne? Ich denke mal, dass wir noch irgendwie was machen müssen hier. Aber ich finde es cool animiert, dass es einfach nicht reinpasst. Dass man das deswegen nicht mitnehmen kann. Mit den Handschuhen, darfst du nicht... Ah, verdammt. Okay, irgendwie mit den Spinnenweben vielleicht was. Weil das ist das Einzige, was wir gerade noch machen können. Oder hier. Ja gut, wenn wir den wegziehen, der ist sofort wach. Das ist das Problem. Also ich hätte höchstens die Idee, dass wir ihm den Helm dahin geben könnten. Aber das geht ja auch nicht. Vielleicht müssen wir noch irgendwas haben. Vielleicht fehlt uns irgendwie was. Dreht er sich um? So. Zebra. Aber was ein Zebra? Ja, heidewitzka. Okay, dann vielleicht haben wir hier irgendwie was. Kutsche. Also ich finde es echt spannend einfach aus dem Grunde. Man weiß nicht, was kommt. Und es ist echt schön animiert. Sind das Drachenschuppen? Drachenschuppen. Okay. Da könnte ich mir ein bisschen vorstellen, dass wir die vielleicht wirklich ins Feuer werfen müssten. Um irgendeinen Effekt zu erzielen, den ich jetzt noch nicht weiß. Weil Drachenschuppen und Feuer, das könnte passen. Ah ne, jetzt geht die wieder da hin. Hm, okay. Drachenschuppen? Also das wäre das Einzige, was mir einfällt. Vielleicht kommt gleich nochmal was, wo man das eventuell besser sieht. Was wir damit machen müssen, aber jetzt gerade... Ich nehme das Kellerfenster hier unten. Oh, sehr schön. Es ist ein Teil von einem großen Bild. Ich habe es nicht gesehen. Was? Ja, wie gucke ich mir das denn jetzt an? Ach, schade. Okay, wir haben irgendwas gekriegt, was ich mir jetzt gerade nicht angucken kann. Was haben wir hier unten? Eine Feder. Das ist auch so ein Spiel, da müssen wir... Oh, zum Glück ist er so besoffen. Vielleicht können wir den kitzeln. Das funktioniert sogar, diese dämliche Idee. Ich finde es gut. Okay, ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich die ganzen Rüstungsteile holen, um uns dann zu verkleiden. Ne, wie hier vorne. Wir brauchen das Kettenhemd, wir brauchen die Stiefel, Handschuhe. Brustpanzer und Helm. Deswegen das Ganze. Ich muss ihn ankleben. Okay, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das gebe ich zu. Finde gut. Was haben wir denn hier? Hier ist auch nichts, was wir jetzt noch... Doch! Oh! Oh nein! Warte, da brauchen wir was zu fressen. Wir müssen wahrscheinlich erst was zu fressen reinlegen, um dann die Ratten zu vertreiben. Okay, ein paar Teile haben wir schon. Aber es fehlt noch der Brustpanzer und das andere. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie wir jetzt hier rankommen. Äh, nicht bei ihm. Warte, aber ich weiß auch noch was. Eventuell könnten wir doch... Komme ich jetzt wieder weg? Ach, blöde Idee. Ich mach mir mal ganz kurz was. Wir müssen mal ganz kurz überlegen. Wenn ich jetzt vielleicht die Drachenschuppen zum Beispiel in die Hand nehme. Die können wir nicht ins Feuer werfen. Aber... Wir haben ein bisschen Pfeffer. Und einen Becher. Wir können einfach mal ausprobieren, was denn geschehen würde, wenn wir jetzt hingehen. Und den vielleicht mit Pfeffer bestreuen. Ach, die sind jetzt sofort weg. Stimmt, da war was. Okay, Pfeffer geht nicht. Als Austausch? Geht auch nicht. Irgendwas müssen wir wahrscheinlich hinstellen zum Austausch. Hey, gut, die Frage ist halt, kann man hier Sachen kombinieren können wir auch nicht, ne? Da müssen wir irgendwo anders hin. Die Frage ist nur, wo genau. Also wir können jetzt mit diesen Sachen hier noch nichts anfangen. Die beiden fehlen uns halt nur, weil die drei Sachen, die jetzt hier liegen, würden uns ja noch fehlen. Gut zieht was? Ich warte ganz erfreulich daraus, aber es kam einfach nichts. Okay, dann müssen wir vielleicht mal... Okay, dann müssen wir vielleicht mal... Ähm... Nein, ich bin nicht zu dir. Nein. Okay. Alter, Finne! Sag mal, was ist denn hier ver... Was war das denn zur Hölle? Ein pädophiles Krokodil. Das ist ein bisschen creepy. Ja, und ein paar Süßigkeiten hinter dem Bärenschloss. Ich würde gerne weglaufen. Warte mal, können wir... Können wir eigentlich... Die... Okay, da will sie nicht mehr hin. Oh, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, auch nicht. Abgesackt. Oh, hä. Boah, da geht's aber ordentlich ab. Ah, hier waren wir noch nicht. Ah, die andere Seite. Bokus, Bokus, dreimal schwarzer Kater. Oh, oh. Oh. Wenn wir das nochmal machen... Okay, findet nichts mehr. Hätte ja sein können, dass da nochmal was kommt, aber... Also es scheint hier ja ein kleineres Schild zu fehlen. Haben wir da irgendwas passendes? Oh, Drachenschuh. Hm. Also irgendwas müssen wir dann noch finden, was wir da reinpacken können. Denn die Frage ist halt nur was... Warte mal, haben wir hier was für die Katze? Also... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh Gott. Oh, ich dachte, das Vieh rastet jetzt aus. Ja, damit könnten wir doch rein theoretisch... Ach, komm schon. Come on. Irgendwas... Das war... Ah, okay. Okay. Erstmal alles anklicken. Das hilft irgendwann. Warte mal. So, müssen wir das jetzt hier... Das kann doch nur schief gehen. Das kann doch nur schief gehen. Ah, okay. Die gute Dame weiß Bescheid und stellt es natürlich ordentlich hin. Ah, verdammt, 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 verdammt. Oh, versteck dich, versteck dich. Aber ganz schnell. Oh Gott, so lang. Okay, die Katze ist runter. Das Problem ist... Wir sind noch kein Stück weiter. Haben wir hier irgendetwas? Ich glaube, sonst haben wir hier gar nichts. Wir gehen mal rum und gucken. Also, irgendwie... Oh, da hat der Blumps gemacht. Hier sind noch zwei Eingänge. Und bei dem anderen scheint der auch... bei Richtung Thronsaal scheint der jetzt auch Ruhe zu sein. Vielleicht kommen wir da jetzt auch durch. Aber dieses Bild hängt ja öfter. Ich werd nicht drauf reinfallen. Warum denn nicht? Ach, komm schon. Boah. Das ist eine schöne alte Geschichte. Platz für Kettenrüstung und Brustplatte. Ja, es bringt ja nur nichts... Ach so. Oh. Ah, warte mal. Jetzt versteh ich das. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir da jetzt anlegen könnten? Aber mit dem Bild hatte ich schon mal gar nicht so umrecht. Okay. Einen Teil haben wir schon mal erfüllt. Jetzt müssen wir die anderen Sachen noch irgendwie bekommen. Vielleicht wenn wir... Meine Mutter lässt mich manchmal hier spielen. Und nähen. Ich habe jetzt... Was? Ich habe jetzt aber keine Zeit dafür. Doch, 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 doch. Vielleicht warte mal. Das kann man nicht machen. Aber sonst können wir hier nichts anklicken. Also es ist nur der Stoff. Das heißt, irgendwann bräuchten wir eine Nadel oder irgendwas anderes. Hm. Klar, lass uns doch versuchen. Oh. Aber vielleicht die Spinnenweben. Guck mal, hier, ganz ehrlich, vielleicht... Das wäre doch eine Idee. Ja, okay. Hätte er klappen können. Schade. Oben? Hm. Aber hier werden wir auf jeden Fall noch zurückkommen müssen. Hier müssen wir die restlichen Sachen noch hinbringen. Zum Tropensaal gehe ich... Oh, er muss auf Toilette. Tja. Wir brauchen Wasser. Können wir da irgendwie hinlaufen? Ah, schade. Okay, ich dachte, wir könnten ihm vielleicht den Becher... ...geben. Warte mal, den würden wir in den Becher... ...auffüllen würden. ...mit Wasser. Hier, guck mal, wir haben noch einen Springenbronn. Da muss ich aber pinkelmichel ran denken. Das geht nicht. Oh. Mensch. Ein Kerker? Ach, da oben konnten wir... Ach, so. Warte mal. Okay, das funktioniert schonmal nicht. Was haben wir hier? Das könnte vielleicht so... ...so teer sein oder so. Das müsste wahrscheinlich vor der... ...vorm Tor sein. Geteert und gefedert. Oder hier mit dem Becher. Ja. Ja, schön. Ja, gut. Jetzt haben wir... Haben wir jetzt einen Becher mit was drin? Nee. Hm. Scheibengleister. Ich dachte, wir kriegen da irgendwie was raus. Aber... ...leider auch nicht. Warte mal, hier haben wir... Ah. Wir haben jetzt zwei Teile. Es scheinen wahrscheinlich insgesamt mindestens vier... ...ja, mindestens sechs zu sein. Vielleicht kommt auch noch was drunter. Das kommt da hin, ne? Das sind so die Rand... Das ist die Mitte. Das ist oben rechts. Da unten noch ein Teil. Ah. So sechs mindestens. Das heißt, ich hab vielleicht noch woanders was übersehen in der Hinsicht. Zumindest von den Gebieten, wo wir schon waren. Da war aber nichts im Stall. Da bin ich mir sicher. Also das einzige wäre jetzt noch der Thronsaal, dass wir da jetzt... Okay. Warum sitzt da jetzt ein Bär? Ja. Die Tasche verändert ihre Farbe. Zerrissene Zaubertasche. Die Tasche. Ja. Die Tasche.